so da wäre wieder frisch hochgeheilt und voller mana dann schauen wir uns doch jemand zu ende um aber erst mal schild die hand wirklich viel scheint hier aber nicht mehr zu sein was komisch ist denn wir haben noch kein gegenstand gefunden den wir für die truhe brauchen so dass trank der erhöhten magischen macht dauerhaft 10 die 10 oh ja die sind schön da sprechen wir doch gleich noch mal und alles unter 50 wird neu geladen 51 ja ich glaube der zufallsgenerator in diesem spiel ist ein wenig buggy aber gut scheibe des frühlingsäquinoctiums das die sommersonnenwende frühlingsäquinoctium oder sieht aus wie das andere ei sonnenscheibe kann man die irgendwie verbinden benutzen und die das sieht irgendwie aus wie ein kellner nichts passiert nichts passiert okay liegen wie die schüsseln mal weg aber eins von den beiden könnte für die burg sein ja ich habe es lange nicht erwähnt dieses komische loch da in der burg ist als schlüsselloch dient was aber kreisrund ist dass kein schlüssel reinpasst sondern eher sowas ja das heißt wenn es hier wirklich nichts mehr gibt also nichts was wir für die quest brauchen dann schauen wir doch mal bei der burg vorbei blockfigur ein paar nette magische gegenstände aber nichts wirklich relevantes so ein schlüssel haben wir so ein schlüssel schon wieder ganz schön zugemüllt genau an der mitte kupferner sonnenschlüssel passt stacheln auf dem boden stein fragezeichen ne aber da sind gegner eingezeichnet es kann nur einen es kann nur einen geben ach nur ein heilender komm gib mir einen heiltrank gib mir einen heiltrank der fällt irgendwie mehr aus als die anderen oder war es nur eine einbildung so nochmal diese blöcke die können wir einsamer benutzen nur wofür genau weil die heben magie auf toll aber wenn wir die dinger benutzen dann können die gegner uns weiter angreifen und so viele magische fallen sehen wir ja nicht und wenn sie das ganz schnelle wie diese willbel stürme bis wir da den block gezaubert haben ist alles vorbei ja noch einer davon hier haben eine kiste also an kisten und tränken kann man sich echt nicht beschweren im dungeon was ist denn grau keine magie für magier bestimmt richtig gut dass wir keiner sind das das sieht doch so aus wenn ihr gleich wieder ein willbelsturm rauskommt warten wir mal kurz und heilen so lange ach so wir stehen hä was ist das für ein komisches flimmern der hatte zuerst wir sind noch in dem raum wo man keine magie machen kann deswegen kommt jetzt so ein fizzle effekt aber das scheint was anderes zu sein hm haben wir immer noch eine geschlossene tür wo nicht weiter kam wir haben die blöcke und die tür da also die tür immer noch zu und die tür da oben immer noch zu sind für irgendwas anderes da was wir nicht direkt sehen können äh und hier schon wieder so ein dreh und wir kriegen durchgehend schaden na gut probieren wir mal das wegpusten wir kriegen durchgehend schaden beim zaubern sehr schön aber das ist alles weg gepustet ah ok dann ist der zauber ja doch relativ praktisch weil sonst hätten wir jetzt hier durchgehend schaden gefuttert während wir versuchen rauszufinden was sie dort gerade machen hm äh oder es ist einfach auch so weggegangen und hier ist schon wieder so eine doofe drehfalle komm wir müssen da schnell raus schnell nein 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 und schnell gib mich ach ok das war knapp haben wir überhaupt noch genug heiltränke wir haben eine menge mana tränke aber heiltränke haben wir anscheinend fast gar keine mehr außer unsere fünf die ich eigentlich auch bewahren will Mist na gut hilft nichts müssen angebrochen werden sonst sterben wir hier in diesem komischen nebel ok packen wir da mal den sack drauf zum testen nö geht nicht also müssen wir block benutzen schnell einen block bevor dieses fizzle zeug wieder kommt können wir jetzt lang ne werden wir wieder umgedreht äh haben wir und wie viele blöcke haben wir denn noch äh zwei hm na gut noch ein block und jetzt ist hoffentlich dieser dreheffekt da weg ja schön schön oh dahinter ist irgendwo ein schlüsselloch und eine truhe da ah ja super wirbelstürme und komische rote fizzle und überhaupt zicht tausend druckplatten ha na gut verbrauchen wir jetzt erstmal unsere mana tränke davon haben wir mehr als genug um uns so hoch zu heilen dann probieren dann probieren wir gleich mal ob wir mit dem sack eine von den druckplatten hier auslösen können so und dich essen wir noch und drei von euch packen wir hier unten auf vorrat du wirst gegessen und du auch und du erstmal nicht ja ja es wird auch lange um wieder zeit dass wir ein magier level bekommen oder ein kämpfer level oh wir haben schon ein kämpfer level wir müssten nur rausgehen und auch ein magier level schön 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 aber jetzt schauen wir erstmal was hier ist weil in dem langen ist hier echt nichts mehr viel zu holen wie es scheint also laut karte noch der bereich hier und der bereich hinter der tür aber der ist nicht wirklich groß also wenn wir jetzt nach vorne gehen ist die tür offen sobald wir jetzt aber einen schritt nach vorne machen also die druckplatte hier nicht mehr ausgelöst ist geht die tür zu das heißt wir packen einfach mal hm irgendwas da drauf wollte ich sagen das scheint aber nicht zu funktionieren und warum gibt es hier so viele druckplatten das muss hier irgendein System haben gehen wir mal bis zur dritten vierten und zurück ah ok ja komm gib uns heiltränke bitte 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 wir brauchen nie wieder heiltränke für den Vorrat ah schön schön ja heiländer können kommen so viele sie wollen das ist vollkommen ok aber die affen waren richtig nervig die halten viel zu viel aus und hatten bisher nichts dabei was man brauchen konnte obwohl es den anschein hat dass nur die heiländer in der kaserne da Gegenstände dabei haben also es ist nicht so dass jeder heiländer welche dabei haben kann sondern nur an bestimmten Stellen oder ich habe einfach tierische Pech so was haben wir hier noch eine druckplatte oh wie schön ich freue mich die Tür ist immer noch zu und du lässt dich auch nicht durch den Sack bewegen es sind noch genug Steine drin vier Steine und eine Menge Waffen ähm ähm na gut probieren wir es einfach mit zwei Säcken aus oder einfach mit der Magie Sack der ist ja richtig schwer ne aber wir haben ihn einmal ausgelöst manche Druckplatten müssen ja nur einmal ausgelöst werden da muss man ja nicht durchgehend drauf stehen achso der ist noch für die Tür gut was haben wir hier nix ja gut das war jetzt nicht wirklich äh aufschlussreich wir haben zwei Blöcke verbraucht um das hier auszulösen und jede Menge Mana trinken um uns hoch zu heilen das heißt wir gehen jetzt einfach hier durch zurück und hauen uns durch die Blöcke da oben durch das wird ein Gewusel mal gucken also hier links dann gleich wieder links dann rechts rein schon habe ich nicht verlaufen äh ne er war richtig da kommen wir an diesen komischen Stacheln vorbei warum auch immer die und da ist ein Dreher was machst du? du machst nur die Tür dazu machst du die Tür da vielleicht auf? nö mh drücken wir die wieder und die gehen wir mal rum warum auch immer die da einfach mitten im Raum drin stehen so jetzt kommen wir gleich wieder zu einem Dreher nämlich den ersten Dreh den wir überhaupt gefunden haben der hier hui so wir wollen aber nach Norden genau ah nochmal rum und jetzt äh jetzt so hier rum da rum Löffelstiel was ich will das ist nicht viel ich will nur weiter hier da so prügeln wir uns durch ja mit einem Schwert in zwei Schlägen einen massiven Steinblock zerstört oh warte mal können wir die schieben? ne können wir die schieben? ne oh der hier ist richtig massiv der andere ist nur ein Larifari Steinblock gewesen haben wir noch einen Hammer wo waren die Waffen? die Waffen waren in weiß ne? ja ein ordentlicher Hammer wenn es damit nicht geht ja der scheint sich langsam aufzulösen gut gut schmiu 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 äh he 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 ok wir haben jede Menge Steine zerstört wir sind Helden ah hier flackert was und wir sind in einem Raum wo es nochmal flackert und das uns einfach nur zurück zu dem Gang führt das das ist jetzt komisch hätten wir die Steine irgendwelche Reihenfolge zerstören sollen? oh wahrscheinlich war die Tür schon vorher da das heißt wir hätten einen Stein hier zerstören können oder zwei, drei ne den nicht denn wären wir da außen rum wären hier rausgekommen hätten die beiden zerstört und hätten den Stein denn hier noch gestünden hätte hätten wir rausschieben können wofür auch immer weil da wären wir nicht rangekommen also hätten den von der anderen Seite nicht schieben können da auch nicht wirklich das ist ne komische Gegend ich würde gerne hier durch oder gucken was da drin ist ist hier noch ne Wand? ah ok ja da hätten wir den Block hinschieben müssen können wir dich irgendwie anders auslösen ok äh wir müssen unbedingt da hin zurück da ist unsere Waffen drin und unsere Steine oh bist du Freund oder Feind? kommt kommt nicht näher in unserer Verfassung ist uns ein Kampf nicht willkommen trotzdem werden wir weiter kämpfen das schwöre ich so wie ich gegen den Kriegsherrn ihr könntet auch ein Kundschafter des Feindes sein und wer ist wir? oder ist das das königliche wir? wenn ihr zu uns gehört wisst ihr vielleicht was mit unserer Verstärkung ist die Heere von Tempest stehen unter großem Druck ihr seid hier auf euch gestellt dann sollen wir uns eurer Meinung nach also ergeben? in jedem Fall weiter kämpfen wenn es nach mir ginge egal wie viele ihr seid der Feind soll denken ihr wärt doppelt so viele ja ihr seid von unserer Art darum seid willkommen wollt ihr bleiben um mit uns zu kämpfen? das ist leider unmöglich ich muss weiter in die Einöde dann werdet ihr Vorräte brauchen leider haben wir nicht allzu viel zu bieten ausgeschlossen ihr braucht das alles viel dringender wir sind schon so gut wie tot unsere Vorräte reichen nur noch wenige Tage mein Angebot steht die Wahl ist nicht leicht wir würden gerne Vorräte nehmen kämpft weiter so gut ihr könnt ich werde es auch tun ihr haltet uns in Erinnerung denn ich fürchte dass selbst die Götter uns vergessen werden okay das war ja schön dramatisch aber wir hätten gerne die Vorräte und genau dahin müssen wir eigentlich zurück denn da sind unsere Waffen was ist mit dem Gang hier die Vorräte schön schön den Block können wir gut gebrauchen den auch wir haben hier schon 2-3 verbraten hier drin Heiltranke ist super Magietranke auch ganz viele Magietränke ist noch viel besser und noch mehr Blöcke ja schön das hat sich auf jeden Fall gelohnt das hat er geschment wir sind jetzt schon noch und wir haben auch noch das ist dann und wir sagen über die Vorräte über die Vorräte und wir kommen